Die Aufgabe des Weizenbaum-Instituts liegt in der grundlagenorientierten Forschung unter dem Oberthema Selbstbestimmung in der vernetzten Gesellschaft. Dabei verstehen wir Selbstbestimmung nicht nur für Individuen, sondern auch für Gruppen, für Organisationen, für Staaten und für die Weltengemeinschaft. Der Namensträger des Instituts ist Joseph Weizenbaum, ein internationaler Informatiker, der sich schon in den 50er Jahren mit ersten Ansätzen zu künstlicher Intelligenz beschäftigt hat. Wir sind ganz stark darauf ausgerichtet, nicht nur in unseren engen disziplinären Feldern zu forschen, sondern explizit interdisziplinäre Fragestellungen zu entwickeln. Das Weizenbaum-Institut ist als Verbundprojekt einer Reihe von Universitäten und Forschungseinrichtungen aufgebaut worden. Es sind die vier Berliner Universitäten Humboldt, Freie Universität, Technische Universität, UDK, die Universität Potsdam, Fraunhofer Fokus und das Wissenschaftszentrum Berlin. In sechs Forschungsbereichen fragen wir uns, wie entwickelt sich Normensetzung und Regulation weiter oder wie entwickelt sich das Verständnis der Arbeit und der Innovation weiter. Wie müssen wir die Technik gestalten, sodass sie unseren gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen kann. Wir haben eine ganze Reihe von sehr offenen Vernetzungsformaten, wo wir immer auch Unternehmen, Institutionen und Organisationen einfach einladen zu offenem Dialog. Ich kann heute über Facebook mich Kampagnen anschließen, ich kann Gruppen gründen. Da entstehen sehr viele neue Formen von Engagement. Das hat man noch nicht so systematisch im Blick und das ist etwas, was wir in unserer Forschung in den nächsten zwei, drei Jahren insbesondere explorieren wollen, rauskriegen, was ist da schon. Das Recht muss den Schutz personenbezogener Daten sicherstellen. Gleichwohl ist es so, dass personenbezogene Daten die Basis einer unfassbaren Wertschöpfung sind. Und in diesem Dilemma zwischen Datenschutz einerseits und Datenwirtschaft andererseits versuchen der europäische und auch der deutsche Gesetzgeber nach und nach die Regeln anzupassen und zu justieren. Die Herausforderung liegt darin, wie wir die Chancen der digitalen Transformation auch auf die verschiedenen Bereiche in der Gesellschaft übertragen können, sodass es unseren Zielbestimmungen entspricht. Vernetzte Forschung heißt Forschung, die nicht an den Grenzen der eigenen Fachdisziplin Halt macht. Und es heißt auch, sich mit der Gesellschaft zu vernetzen. Und die Interaktion mit den Anwenderinnen und Akteuren der Wirtschaft, der Politik und anderen Organisationen. Organisationen.